So, willkommen und herzlich willkommen im Studio World World. Nachdem die letzte Aufnahme ein bisschen Audio Problem hatte. Und ich glaube dir hat ein bisschen das Problem, dass ich ein bisschen leise bin. So, Sekunde. So! Besser, gell? Vielleicht das Spiel ein kleines bisschen lauter. Das Spiel ist halt artig laut. Ja. Vielleicht doch. So, besser. Ähm. Weil mein Audio nicht synchron war. Das heißt, die erste Episode war nicht verwendbar. Aber, ist ja nicht so schlimm. Ich bin jetzt wieder da und nehme mal eine Neuung. Weil das Spiel ist einfach nice. So! Ich vermutlich habt ihr schon von diesem Spiel gehört. Vielleicht auch nicht. Man ist eine Spinne an so einer Wand. Und so ein Miner. Der, ähm. Der, ähm. Wurststoffe abbaut. Zum Roguelike. Roguelike. Bei dem es darum geht seine Spider abzudaten. Sich selbst abzudaten. Um weiter zu kommen. Wohin auch immer. Da läuft man so ein bisschen durch die Generationen. Und er kümmelt irgendwie so. Das ist ja die Welt. Und im Endeffekt. Passieren dann Sachen. So. Nochmal den. Turm arretieren. Ähm. Man behält. Sieht man hier oben. Diese ganz oben. In der. Rechten Ecke. Die Mineralien. Die behält man. Durch die Bruns. Und schaltet dann. In dem Vorraum. Indem wir gerade aufmachen. Sachen frei. Schaltblinde gefunden. Leichter Lauf. Rotationsgeschwindigkeit. Der Pistole ist, äh. Verbessert. Okay. Gut. Das ist sehr gut. Geh aus dem Weg. Geh aus dem Weg. Upgrade. Was haben wir jetzt freigeschaltet? Wir hatten irgendwas gerade als Update freigeschaltet. Der ist da unten. Das ist ja richtig gut. Weil die zwei haben so ein bisschen Diminishing Returns. Die sind nur 20%. Und dann kommt irgendwann da. Und dann. Zack. Jetzt ist die super fast. Oh ja. Merkt mal gleich. Upsi. Jetzt nehme ich schon hier Kratzer. Weil ich so ein Depp bin. Äh. Ich könnte doch das da. Maschinengewehr Feuerrate. Machen wir erstmal die Bohreffizienz. Damit wir ein bisschen faster sind. Aber ich glaube wir sind hier fertig. Wir haben den Chip gefunden. Da passiert nichts mehr. Wieso ist dem seine. Ähm. Spider so riesig. Wird meine nachher auch so groß. Kann man eigentlich auch nach unten. Das ist ja die Frage. Was wir das letzte Mal hatten. Äh. Eventuell finden wir das in dieser Episode mal raus. Das würde mich auf jeden Fall sehr interessieren. Ja das knallt auf jeden Fall. Das geht richtig schön fast. Geht richtig schön fast. Da. Alles meins. Was wollt ihr denn jetzt noch. Bin hier beschäftigt. Hallo. Ich bin hier. 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 Und wie ich gespannt bin ist ob diese. Es gibt ja noch mehr Ressourcen als nur das blaue und das weiße. ob es die dann erst in gefährlicheren Gebieten oder sowas gibt. Du hast den Overdrive gefunden. Alle 60 Sekunden kannst du kurz die Zeit beschleunigen, indem du die Umschalttaste drückst. Ja, wer ist die Umschalttaste? Oh leul, ich hab Boost. Das ist cool. Der Subter ist richtig richtig gut. Das ist cool. Merci! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020